Interessante Fakten über Deutschland, die Sie vielleicht nicht kennen. In dem Land gibt es über 1200 verschiedene Biersorten. Deutschland hat die höchste Anzahl an zoologischen Gärten und Wildparks weltweit. Jedes Jahr besuchen mehr als 80 Millionen Touristen Deutschland. Der pünktlichste Zug der Welt befindet sich in Deutschland. Deutschland beherbergt die längste Fußgängerhängebrücke der Welt.